Grundsätzlich war es überfällig, sich dem Pflegebereich in dieser Ausführlichkeit zu widmen, insbesondere was den Pflegebegriff angeht. Denn dass wir so lange die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen mit dem Thema Demenz alleine gelassen haben, das war wirklich ein Skandal, finde ich. Und von daher ist das einer der wichtigsten Schritte im Bereich der Pflegereform, die sehr gut war und wo wir auch zufrieden sind, dass es jetzt passiert ist. Wir haben im PSG 3 geht es ja jetzt eher dann auch um die Umsetzung, wie man es jetzt auch wirklich zu den Menschen bringt, was geplant ist. Und da könnte ich mir schon mehr vorstellen. Denn wir wissen, dass die Menschen dort, wo sie leben, entweder zu Hause gepflegt werden oder von Angehörigen gepflegt werden und dort sicher das Bedürfnis besteht, mehr Unterstützung zu bekommen. Und zwar sowohl in der Pflegebegleitung, also in der Unterstützung der Angehörigen, als auch in der Ausbildung, als auch in der Entlastung. Wir brauchen Konzepte von Prävention von Pflegebedürftigkeit. Da gehören unter anderem auch die soziale Teilhabe dazu. Und es macht, glaube ich, schon deutlich, dass wir die Kommunen, die ja die Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger sind, mehr in die Verantwortung nehmen müssen, als es jetzt im PSG 3 der Fall ist. Wir haben insgesamt 11.000 Kommunen in Deutschland und wir haben jetzt Modelle für 60 Kommunen, die jetzt erstmal dann auch ausgewertet werden sollen. Und von daher ist das ein Zeichen, wo meiner Meinung nach sehr schnell und sehr viel mehr passieren müsste. Denn letztendlich ist, glaube ich, das Zauberwort ist Zusammenarbeit. Und zwar Zusammenarbeit direkt am Patienten oder am Bewohner. Das heißt, dort müssen alles, was sich die Fachleute, was sich die Politik überlegt, muss um den Menschen herum funktionieren. Und da ist, glaube ich, die kommunale Ebene die richtige Ebene. Und dort müsste noch mehr Anschub auch finanziert werden, weil natürlich, wir haben meistens genug Akteure vor Ort. Es ist nicht die Zahl der Akteure, die fehlt, sondern es ist die Frage, wie die Ärzte, wie die Pflege, wie die verschiedenen Einrichtungen, wie der stationäre und der ambulante Bereich oder auch die Teilzeitpflege, wie die zusammenarbeiten und wie der pflegebedürftige Mensch und wie seine Angehörigen am besten sich in diesem System betreut fühlen. Wir haben ja auch viele Formen von Nachbarschaftshilfe und von solchen bürgerschaftlichen Engagementsstrukturen vor Ort. Auch die müssen natürlich in der Kommune organisiert werden, dass die Menschen, die bereit sind, ihren Nachbarn oder anderen Menschen zu helfen, dass die auch entsprechend betreut sind und von freiwilligen Agenturen eben auch mit denjenigen, die helfen wollen und denen geholfen werden sollen, zusammengebracht werden. Ich glaube, dass es aber nur dann funktionieren kann mit dem Ehrenamt und dem bürgerschaftlichen Engagement, wenn wir eine professionelle Pflege haben, die ein großes Selbstbewusstsein hat. Denn ich glaube, wir müssen ganz stark aufpassen, dass die Grenzen zwischen professioneller Pflege, Pflege von Angehörigen und ehrenamtliche Unterstützung von Pflege kann ja nie sozusagen die Profession ersetzen, dass man das nur organisiert bekommt, wenn man eine selbstbewusste Pflege hat, die ein klares Berufsbild hat, wo klar ist, auch welche Aufstiegsmöglichkeiten hat. Das heißt, auch einen attraktiven Beruf, wo nicht nur geklärt ist, wie die Grundausbildung stattfindet. Wir haben ja gerade die Diskussion, integrierte Ausbildung, Generalistik oder weiter wie bisher. Diese Diskussion gibt es ja, aber wir brauchen natürlich auch hochqualifizierte Pflegekräfte, die in der Lage sind, komplexe Pflegesituationen zu managen, gerade bei Menschen, die mehrere Erkrankungen haben oder die einen hohen Pflegebedarf haben und sehr unselbstständig sind. Und wir brauchen natürlich auch eine Zusammenarbeit, wo klar ist, dass komplexes Pflegemanagement, wo auch klar ist, dass soziale Teilhabe ein Bereich ist, der mit integriert werden muss. Das heißt jetzt nicht, dass die Pflegekraft das machen können muss, aber sie muss in der Lage sein, zu vernetzen. Und diese Vernetzungstätigkeit, neue Einsatzfelder wie School Nursing, also dass man in den Schulen auch tatsächlich ganz anders im Bereich Gesundheitsförderung unterwegs ist oder Gemeindepflege auch mit eigenen selbstständigen Einsatzbereichen und auch Verschreibungsmöglichkeiten, ich glaube, dass man ein vielfältiges und sehr stark professionalisiertes und unterlegtes Pflegeselbstverständnis braucht. Und dann funktioniert auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, die sich bereit erklären, ja in der Regel freiwillig und auch nicht ohne Zwang und ohne Bezahlung sich in solche funktionierenden Pflegesituationen einzubringen. Was macht die Bürgerversicherung in der Krankenversorgung, aber vor allem auch gerade in der Pflegeversicherung sehr viel Sinn? Und zwar, weil ich glaube, dass es ein Bereich ist, wo die gesellschaftliche Solidarität unabhängig vom Einkommen auch akzeptiert wird. Wir haben ja gesehen, dass selbst der Anstieg der Beiträge in dieser Legislaturperiode doch sehr akzeptiert wurde, weil allen klar war, dass wir in diesen Bereich mehr investieren müssen. Und von daher glaube ich, dass es ein Bereich ist, wo man gut die Bürgerversicherung auch argumentieren kann, dass eben alle entsprechend ihrer Möglichkeiten in so ein Solidarsystem einzahlen. Auf der Ausgabenseite wäre ich sehr vorsichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass es im Moment sehr viel Verlust, auch Synergieverluste gibt durch die fehlende Zusammenarbeit. Und wir sollten, glaube ich, uns im Moment eher darauf orientieren, wie wir es schaffen, dass die verschiedenen Bereiche vom medizinischen bis zum pflegerischen Bereich besser miteinander verzahnt arbeiten und patientenorientiert arbeiten. Und dann, glaube ich, würde man schon mal viel Synergieeffekte aus dem System holen, bevor man jetzt darüber redet, dass man mehr Geld bräuchte. Ich finde, erstmal sollten wir sehen, wie wir die Strukturen, die Zusammenarbeit, die Kooperationen, auch auf der fachlichen Ebene, wie wir die verbessern, weil das ist, glaube ich, essentiell. Und wenn man dann mehr Geld braucht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es richtig ist, so zu denken, dass, wenn jemand in einer Pflegeeinrichtung ist, jetzt alle Kosten übernommen werden müssen aus der Solidargemeinschaft. Wenn er zu Hause lebt, ist es ja auch nicht so. Von daher ist das für mich nicht das zentrale Thema. Für mich ist das zentrale Thema, dass wir eine gute, solide, nachhaltige Finanzierung haben, die gerecht ist und dass wir ein Pflegesystem haben, was tatsächlich den Menschen im Mittelpunkt sieht und nicht immer nur als Spruch, sondern tatsächlich auch in der Kooperation der Berufe.